Angesichts der hohen Produktivitätsanforderungen in einem hart umkämpften Markt hat sich Bernbacher, einer der bekanntesten Nudelhersteller, zu einem Großprojekt entschieden. Europas modernste Nudelfabrik wurde vor den Toren Münchens aufgebaut. Gesteuert wird die Produktion mit Comark ERP inklusive Comark Financials. Der familiengeführte deutsche Nudelhersteller hat seinen Sitz in Hohenbrunn im Landkreis München. Mein Name ist Tobias Willmann und ich bin Geschäftsführer der Firma Bernbacher in der fünften Generation und wir produzieren seit 120 Jahren Nudeln. Am alten Standort in Tassuhrplatz in München haben wir dann in den 70er Jahren erstmalig die Comark Suite Software eingesetzt. Im März 2011 hat sich die Firma Bernbacher für einen neuen Standort entschieden. Da gab es natürlich diverse Herausforderungen für die IT. Daraufhin hat man eine komplette Prozessanalyse betrieben und hat sich dort aus mehreren Software-Systemen für Comark ERP entschieden. Wir haben hier am neuen Standort den ganzen Betrieb auf den sogenannten Standard Industrie 4.0 angelegt. Und da war es dann für uns sinnvoll, eben ein modernes ERP-System wie das von Comark einzuführen. Mit 20.000 Quadratmetern Produktionsfläche wurde in Hohenbrunn bei München ein Industriegebiet nach höchsten technischen und hygienischen Standards aufgebaut. Dafür hat Bernbacher eine modernere Software gesucht, welche für die Anforderungen der Zukunft optimal gerüstet ist. Da die langjährige Partnerschaft mit Comark sehr harmonisch verläuft, entschied man sich gemeinsam mit Comark auf die neue, moderne Lösung Comark ERP Enterprise inklusive Comark Financials umzusteigen. Die neue IT-Architektur bei Bernbacher geht in Richtung Industrie 4.0 und Internet of Things mit einer Anwendung fremder Systeme wie Produktionsrechner und Hochregalrechner. Mit unserem Comark ERP-System haben wir weitere Systeme mit angebunden. Das ist einmal Produktionsleitstand und auch unser Hochregalader. Über das ERP-System läuft sowohl die Produktionsplanung, was auch dann weitergegeben wird über Schnittstellen an das Leitstandssystem, mit dem wir dann auch den Wareneingang von Rohstoffen abbilden. Wir bilden die Produktion der Halbfertigware mit Wareneingang in die Halbfertigwarensilos, gehen dort weiter in die Packsysteme und von dort geht die Ware dann fertig verpackt und palätiert ins Hochregalager. Die neue Prozesssteuerung kann noch flexibler und effizienter arbeiten. Die lückenlose Kontrolle bei Rohware und Fertigprodukt sorgt für hundertprozentige Gewissheit und einwandfreie Produkte. Alle diese Prozessschritte begleitet Comark ERP. Dank Multisite konnte gerade in den Bereichen Rechnungswesen, Vertrieb, Beschaffung und Logistik optimal die komplexe Organisationsstruktur abgebildet werden. Nachdem wir hier am neuen Standort auch Industrie 4.0 eingeführt haben, haben wir uns für das Comark ERP-System entschieden und sind der Meinung, dass wir uns hier auch zukunftsfähig aufgestellt haben.